Vitamin D und Selen wirken beide auf unser Immunsystem, auf Entzündungsprozesse im Körper und auf unsere Schilddrüse. Da könnte es doch durchaus hilfreich sein, Vitamin D und Selen miteinander zu kombinieren. Ob das wirklich der Fall ist oder ob die Kombination vielleicht doch eher schädlich ist, das wollen wir gemeinsam herausfinden. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung. Grüß euch und herzlich willkommen, ich bin Giselle von MedoMio und ich schaue mir heute mit dir an, was Studien zur Kombination von Selen und Vitamin D sagen. Ich kläre heute für dich, was Selen ganz generell in unserem Körper macht, welche Funktionen Vitamin D hat, ob man diese beiden miteinander kombinieren darf und wo man die Kombination sinnvoll klinisch einsetzen kann. Selen ist ein essentielles Spurenelement, das eine Hauptkomponente für viele Enzyme bildet, wie unter anderem die Glutadion-Peroxidase. Selen ist somit an wichtigen antioxidativen Prozessen beteiligt. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle in der Reproduktion, der Muskelfunktion und dem Schilddrüsenstoffwechsel. Möchtest du mehr darüber wissen, warum Selen wichtig für deine Schilddrüse ist, dann hol dir am besten gleich unseren kostenlosen Guide. Den Download-Link habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt. Auch Vitamin D ist für die Funktion unseres Immunsystems, für die Zellkontrolle und unsere Schilddrüse unerlässlich. Wie sieht es aber nun mit der Kombination aus? Daumen hoch oder Finger weg? Das wollen wir uns jetzt anhand der aktuellen Studienlage ansehen. Bei Selen handelt es sich um ein essentielles Spurenelement, also ein Spurenelement, das mit der Nahrung zugeführt werden muss. Die sogenannte therapeutische Breite, also der Bereich zwischen dem Beginn einer gesundheitsfördernden Wirkung und dem Beginn einer gesundheitsschädigenden Wirkung, ist bei Selen verglichen mit anderen Spurenelementen eher gering. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Selenaufnahme von 60 Mikrogramm täglich für Frauen und 70 Mikrogramm täglich für Männer. Bereits auf 400 Mikrogramm täglich kann Selen gesundheitsschädigend sein. Selen ist ein wichtiger Nährstoff, wenn es um antioxidative Prozesse geht, weshalb es auch beim Anti-Aging eine Rolle spielt. Mehr dazu erfährst du hier im Video zur Studie 2021 Selen gut für den Stoffwechsel, Anti-Aging und Abnehmen. Selen wirkt aber auch unmittelbar auf unser Immunsystem ein, indem es Einfluss auf die Entwicklung der Thymusdrüse hat und die Produktion von Makrophagen und Lymphozyten anregt. Selen spielt zudem eine tragende Rolle in der Pathogenese, also der Krankheitsentstehung von zahlreichen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Schilddrüsenerkrankungen. Anders sieht es bei Vitamin D aus. Hier handelt es sich um ein Prohormon, also eine Hormonvorstufe, die erst in unserem Körper in eine biologisch aktive Form umgewandelt wird. Das aktivierte Vitamin D spielt eine wichtige Rolle für unsere Knochen, unser Herz-Kreislauf-System, unsere Bauchspeicheldrüse und unser Gehirn, unsere Muskeln und die Kontrolle bei der Zellteilung. Erst durch die aktivierte Form von Vitamin D, das Calcitriol, wird unsere Calciumaufnahme im Darm stimuliert. So können wir ohne Vitamin D lediglich 10% des Calciums aus der Nahrung aufnehmen, bei ausreichendem Vitamin D spiegeln hingegen bis zu 40%. Auch für die Funktion unseres Immunsystems spielt Vitamin D eine enorm wichtige Rolle. Sogar auf Autoimmunerkrankungen wie Diabetes Typ 1, Rheumatoide, Arthritis, Autoimmune Schilddrüsenerkrankungen und sogar Multiple Sklerose scheint das Einfluss zu haben. Möchtest du mehr über die vielen Funktionen von Vitamin D wissen? Dann schau dir am besten gleich im Anschluss das Video von Dr. Adriana Radler-Pohl an. Sie erklärt dir warum Vitamin D so wichtig für deinen Körper ist. Den Link findest du wie immer unten in der Beschreibung. Aber wie sieht es nun mit der Kombination von beiden aus? Darf ich das oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? Eine Studie konnte 2019 zeigen, dass ausreichend Selen im Körper positiv auf die Funktion von Vitamin D wirkt und auch umgekehrt beeinflusst ausreichend Vitamin D die Funktion von Selen positiv. Dies kommt dadurch zustande, dass beide Nährstoffe teilweise auf gleiche Enzyme einwirken bzw. von diesen abhängig sind. Im Konkreten geht es um die beiden Enzyme Zyp27B1 und Cbs. Zyp27B1, die 1-Alpha-Hydroxylase, ist wesentlich an der Aktivierung von Vitamin D3 beteiligt. Das Vorhandensein von Zyp27B1 wird zu einem Teil von Selen mitbestimmt. So konnte die Expression dieses wichtigen Enzymes für Selen signifikant erhöht werden. Vitamin D3 wurde somit in Folge in höheren Maße aktiviert und konnte so im Körper wirksam werden. Genau in die andere Richtung funktioniert dies nun mit Cbs, der Zystatium-Beta-Synthase. Dieser konnte in dem Versuch durch die Gabe von Vitamin D signifikant heraufreguliert werden. Da Cbs eine wichtige Rolle beim Umbau von Selen in die unterschiedlichen Selenoproteine spielt, zeigte sich auch hier durch dieses Heraufregulieren eine deutliche Verbesserung der durch Selen angestoßenen Prozesse im Körper. Eine andere Studie, die 2022 veröffentlicht wurde, versuchte diesen Mechanismus nun gezielt in der Behandlung des Morbus-Basedorf einzusetzen. Bei Morbus-Basedorf handelt es sich um eine sogenannte Autoimmun-Tyriopathie, also eine Schilddrüsenerkrankung, die durch das eigene Immunsystem verursacht wird. Es kommt zu einer Hyperthyreose, also einer Schilddrüsenüberfunktion, die typischerweise mit einer Trias aus Stroma, also einer Vergrößerung der Schilddrüse, Exophtalmus, also einem hervortretenden Augäpfel aus der Augenhöhle und Dachycardie, also einem beschleunigten Herzrhythmus einhergeht. First-Line-Therapie bei Morbus-Basedorf ist die Medikation mit Metimazul, einem Thyrostaticum, das in die Gruppe der Iodisationshemmer fällt. In Studien zeigte sich, dass bei Menschen mit Morbus-Basedorf sowohl Selen als auch Vitamin D im Serum reduziert sind. Dies könnte in der Pathogenese, also der Krankheitsentstehung, insofern relevant sein, als Selenoproteine, wie beispielsweise die Glutathionperoxidase, einen schützenden Effekt gegen sogenannte Reactive Oxygen Species, kurz ROS, haben, die bei Morbus-Basedorf deutlich erhöht sind. Gleichzeitig scheint die gastrointestinale Selenaufnahme unter Hyperthyreoter Stoffwechsellage, also bei einer Schilddrüsenüberfunktion, vermindert zu sein. Es wird also einerseits mehr Selen verbraucht, andererseits aber weniger aufgenommen. Unser Selenlevel sinkt. Auch Vitamin D könnte bei der Entstehung dieser Autoimmunerkrankung eine Rolle spielen. Schließlich ist Vitamin D an der Reifung und Differenzierung unserer Immunzellen beteiligt. In der randomisiert kontrollierten und einfach verblindeten Studie, die ich euch gerne vorstellen will, wurden insgesamt 40 Probanden mit einem neu diagnostizierten Morbus-Basedorf untersucht. Die eine Hälfte der Probanden erhielt die Methimazol-Standardtherapie, die andere Hälfte erhielt zusätzlich 100 Mikrogramm Selen täglich und 7000 Einheiten Vitamin D wöchentlich. Sowohl die Selen- als auch die Vitamin D-Spiegel zu Beginn der Studie waren bei beiden Gruppen deutlich erniedrigt. Zudem zeigte sich die Interventionsgruppe, also jene Gruppe, die Selen und Vitamin D verabreicht bekam, zu Studienbeginn ausgeprägtere Symptome ihrer Hunderkrankung. Bereits nach 45 Tagen zeigte die Interventionsgruppe einen signifikanten Anstieg des Serum-Selenspiegels im Vergleich zur Kontrollgruppe. Nach 180 Tagen waren in der Interventionsgruppe sowohl Selen als auch Vitamin D im optimalen Bereich angesiedelt. Der FT4-Level, also der Level des freien Tyroxins, zeigte bei beiden Gruppen eine ähnlich rasche Normalisierung. Und das, obwohl die Interventionsgruppe schlechtere Ausgangswerte hatte. Eine signifikante Verbesserung erlebte die Interventionsgruppe in Bezug auf die Lebensqualität. Die Studienautoren kamen zu dem Schluss, dass eine Supplementierung von Selen und Vitamin D zusätzlich zur Standardtherapie einen deutlichen Nutzen für Menschen mit Morbus-Basedorf hat. Wichtig erscheint hierbei auch die Gabe von Selen und Vitamin D in Kombination, da wir, wie oben bereits besprochen haben, die Aufnahme von Selen bei Hyperthyreose, also Schilddrüsenüberfunktion, erschwert ist und Vitamin D hier unterstützend wirkt. Wie viel Selen benötigt man täglich? In Studien wird hier empfohlen, eine tägliche Zufuhr von Selen für Erwachsene mit 55 Mikrogramm angegeben. Für die GE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt Erwachsenen Frauen eine tägliche Zufuhr von 60 Mikrogramm Selen, Erwachsenen Männern 70 Mikrogramm. Die maximal tolerierbare Grenze liegt bei 400 Mikrogramm. Wie viel Vitamin D braucht man täglich? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, empfiehlt die tägliche Zufuhr von 800 IE, also internationalen Einheiten, täglich. Neueste Studienergebnisse empfehlen sogar 1500 IE am Tag. Was sind Symptome eines Selenmangels? Zu den Symptomen eines Selenmangels gehören eine erhöhte Infektanfälligkeit, Gewichtsverlust, Störungen der Schilddrüsenfunktion, Gedächtnisstörungen und Kopfschmerzen. Ein beginnender Selenmangel kann sich auch in Haarausfall und weißen Flecken auf den Nägeln zeigen. Wie und wann sollte man Selen einnehmen? Natriumselenit solltest du 1-2 Stunden vor oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Selenmethionin direkt zu einer Mahlzeit. Solltest du auf der Suche nach einem hochwertigen Präparat sein, um Selen zu supplementieren, kann ich dir unseren Partner Victilabs empfehlen. Bei Victilabs findest du höchste Qualität von in Deutschland produzierten Nahrungsergänzungsmitteln. Victilabs bietet Selen sowohl in der anorganischen Form, also als Natriumselenitropfen an, als auch als Presslinge kombiniert mit organischem Selenmethionin. In der Beschreibung findest du einen Rabattcode für deine Bestellung bei Victilabs. Möchtest du auch weiterhin wertvolles wissenschaftlich fundiertes Wissen erhalten? Dann würde ich mich freuen, wenn du uns ein Abo und ein Like da lässt. Unter diesem Video kannst du gerne auch deine Meinung und Erfahrung zu diesem Thema mit uns und unserer Community teilen. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao! ... ... ... ... ... Vielen Dank.